Ich möchte im Namen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt ganz herzlich Dankeschön sagen für ihren tollen Einsatz über Jahre, zum Teil über Jahrzehnte hinweg. Mit diesen Worten begrüßte Papenburgs Bürgermeister Jan-Peter Bechtluft mehr als 20 Gäste im historischen Sitzungssaal des Rathauses zum traditionellen Neujahrsempfang der Stadt. Die Eingeladenen wurden von den Papenburgerinnen und Papenburgern vorgeschlagen für eine Ehrung durch die Stadt, weil sie sich ehrenamtlich in vielerlei Hinsicht einsetzen. Weil Papenburg 2014 ganz im Zeichen der Landesgartenschau, kurz LGS, steht, wurden deshalb Ehrenamtliche im Bereich der Pflege und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Gärten ausgezeichnet. Die Stadt Papenburg würde ohne das Ehrenamt ein ganz anderes Bild abgeben. Das Ehrenamt ist essentiell. Wir könnten das Gemeinwesen so in dieser Form nicht mal ansatzweise aufrechterhalten, wenn das vielfältige ehrenamtliche Engagement in Vereinen, Gruppen und Verbänden, im sportlichen, kulturellen Sektor, aber eben auch in diesem Fall im Bereich der Pflege des Stadtbildes, wenn es nicht vorhanden wäre. Nach der Überreichung der Urkunden entführte LGS-Geschäftsführer Lars Johansson die Gäste in die Welt der Gartenschau. Neben dem Konzept wurde durch Johansson vor allem erklärt, wie die Bürger der Stadt von der Landesgartenschau und darüber hinaus profitieren. Im Anschluss konnten sich die Geehrten direkt vor Ort überzeugen, denn nach dem Festakt im Rathaus ging es für sie noch einmal zu einer Führung über das Gartenschau-Gelände.